Herzlich Willkommen zu einem weiteren Quick-Tip. Ich bin der Michel und ich zeige euch, wie man ein Teilbild in der Bauwerkstruktur kopiert. Wir öffnen die Bauwerkstruktur und ziehen das gewünschte Teilbild per Drag & Drop und gedrückter Ctrl-Steuerungstaste zu der gewünschten Strukturstufe. Nun lasse ich zuerst die Maustaste los und danach die Ctrl- und Steuerungstaste. In diesem Fenster gebe ich die gewünschte Teilbildnummer ein und bestätige das Ganze mit OK. Somit wurde das Teilbild kopiert und kann weiterarbeiten. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.